ein verstörenden tag meine lieben freunde euch willkommen zu pokécat oder auch anders gesagt the cat behind the pixels heißt das spiel original es sieht sehr nach einem pokémon kronos nach einem sehr schlechten pokémon klonen und ein sehr verstörendes titel also ich erwarte nicht viel von dem spiel es könnte reine grütze sein aber wir werden das gleich merken übrigens hat es gerade mich 30 stunden gedauert so circa nur dieses spiel aufzunehmen weil freps es nicht aufnimmt gut was später was denn da ok was so ok wir denken okay ganz ruhig ich bin der stadt ich bin wahrscheinlich dieser pixel hier und muss was bist du denn was ist das auch gehen in den laden gut erst mal zu orientierung danke dass ich erst mal ins game reingeworfen werden wirst du kannst du machen sollen so ich bin ein blog also sagt viel holz ich bin lese mal vor es gibt noch also eine nuti vor die mucke ich hoffe dass keine copyright punkt ist natürlich ein problem welcome and back ok ich jetzt einfach mal in das cat house rein weil wir wollen ja katze bitte lass mich rein ohne dass mich was angreift na lass mich doch ok ich komme nicht rein wann lasst mich doch in ruhe leute ich muss ja dauernd auf enter pushen bringt es eigentlich was wenn ich liebe passiert wenn irgendetwas ich mach das gleich mal wenn das bin ich jetzt schon wieder im gleichen haus steht jetzt auf den zettel was anderes drauf nein also ich habe keinen unterschied wenigsten gesehen warum starte ich immer im mittleren haus ich gehe in den shop hi black pixel das spiel ist einfach nur grottenschlecht was mache ich hier soll ich zu den pixel gehen soll ich da hingehen weil hier ist nischt ich gehe zu pixel wenn ich sterbe pech gehabt okay ich kann damit nicht machen muss damit jetzt auch wenn ich rausgehe gut viel auswahl bleibt denn ich gehe jetzt mal neben ich kann so zwischen du kann ich einfach weg wenn ich kein bock habe auf kämpfe alter wieso muss ich denn immer in der mitte starten kack spiel ja cool das fällt mir jetzt auch auf dass durch die linie jetzt sich so ein gesicht gebildet hat jetzt darf ich wahrscheinlich bestimmt erste katze okay das kommt auf alle fälle in kategorie trash spieler was bist du denn missing no ich habe damit jetzt nicht ab ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet warum bin ich jetzt in ein shooter okay ich habe keine muni mehr verdammt mit deinen sind nicht aufsammelbar okay es ist nicht so leicht teilen wir uns die schüsse noch mal ein vor allem ist laut ich schieße so was nötig ist okay so die gehen durch okay ich sag jetzt nicht ich krieg nur munition wenn ich treffe dass er richtig hat die katze mit einsammelbar okay ja dann würde ich die haare die was bringen ah sternchen was auch immer oder hat er mich gerade schau ich muss gerade nicht gesehen durchs quetschen ach so ist das eine rüstung oder ach ja ach leul das läuft aus dem bildschirm okay ja okay die fliegen ich habe sie gegriffen die beiden muss ich jetzt hier fliegen bis getten oder was das ist ein reiner drogen also das ding muss ich dir besoffen gelten ich hätte besoffen aufnehmen sollen alter jetzt habe ich mich aber leicht erschrocken ich habe mich damit gerechnet dass du mit fetten kommst okay das ist ja was okay das ist jetzt ziemlich einfach muss ich nur rechtzeitig drücken okay nächste Ebene ach jetzt bewege ich mich wieder okay ich habe das spiel sehr stark unterschätzt hi cat dogs echse mace dog echse und card echse ich habe angst drauf zu kriegen dass mir da gleich was ins ohr brüllt was was welcome what do you like download cat.exe weißt das wäre ich nicht was 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 ich habe gerade meine user daten gelöscht bist du dumm okay irgendwie verstehe ich das sonst kein so ich muss da ein channel drücken sonst löscht er mir alle daten komm komm mach luck download stop it okay what do you did let's try again nein ich warte jetzt mal okay ich verstehe es nicht was mache ich gerade falsch nicht nein mach so klar okay ich muss das mehrmals machen im vorgang weil der kam ja jetzt mal schneller nein nein bist du dumm ich sagte nein boah die musik wenn es hier gerade der hintergrund tatsache boah ich krieg doch gleich hier übel den schrieger immer wenn ich mehrmals zurückgeteilt hat sich der hintergrund in weitere gedärmen ey das war jetzt unfair ja ich habe das nicht mehr gesehen okay ich sollte die maus da lassen aber wir können das jetzt noch mal schön angucken wie sich der hinterher verwendet okay die katze wird ja auch immer bildlicher auf dem bildschirm oder ist das channel überhaupt und gleich gucken wo das auftaucht da wie das anfangs eigentlich auch gar kein auffällt und 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 Hä? Hä? Oh Leute, hä? Ja, das kann ich auch wissen, du Kackvieh! Alter, die... Oh ne, oder? Ooooooh, okay, bis gleich Leute. So, next try. No, Kartex darf ich ja noch nicht. Okay. Was machen wir da? Nö, 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 mein Freund. Obwohl, warte mal. Aha, clever sein! Okay, klappt nicht. Okay, wollen wir kurz warten hier? He, he, ich bin clever, ich bin clever. Okay, es ist doch gar nicht so schwer, wenn man den Trick rauskriegt. Okay, ich bin gleich frei, ich bin gleich frei, ich bin gleich frei. Tschüssi! Äh... Ich bin nicht frei, weil ich nicht verstehe, was ich hier mache. Hä? Wo bin ich? Wie weit runter kann ich denn? Soll ich erwarten, dass der ganze Bild schon weg ist, oder was? Ich bewege mich ja immer schnell. Ich muss mal kurz ein bisschen Geduld haben. Bewege dich, du Kackwand! Ist ja gleich alles Katzenkopf. So, ich drück mal jetzt instant nach unten. Lol. Es geht einmal durch, aber warum? Was steht da spinnig, tut mir leid. Komme ich jetzt oben bald wieder raus, oder? Also die Frage, wie lange ist das Wien? Jetzt hat er gerade die Bohrland angehalten. Hä? Was geht hier mal was? Ja, das Spiel spielt leicht mit seiner Zeit. Also mit meiner Zeit. Aber mit der Zeit des jeweiligen, der das spielt. Ich habe einen anderen Weg außer unten gab es ja direkt, weil du musst ja auch schnell durch. Jo, jetzt passiert hier nichts mehr, oder was? Hallo? Okay Leute, ich sage jetzt so wie es ist, ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt so ca. 10 Minuten dieses kleine Felkchen nach oben gedrückt und es passiert einfach nichts mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wo das 4 überhaupt ist, weil es ja anscheinend durch Endlos Welten reisen kann. Es soll ein anderer durchspielen, ein anderer YouTuber auf Deutsch und nein danke. Ich habe die Geduld leider jetzt auch nicht für das Spiel hier ewig zu warten. Ich hoffe euch hat dieses sehr verschörende Spiel trotzdem ein bisschen gefallen. Es war zwar interessant, aber zum Ende sehr nervig, weil da ich einfach nicht weiß was du tun hast. Und wir sehen uns dann immer, egal was auch immer ich mache. Bis dann, euer Swining Dead.